Hi und herzlich willkommen bei Stagiki. Mein Name ist Dennis Matthias und ich hoffe du bist in Urlaubsstimmung, denn heute verschlägt es uns nach Santa Monica. Bei Santa Monica errichten wir unseren eigenen Strand. Es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler mit einer Spieldauer von 45 Minuten. Angegebene Altersangabe auf der Box sind 14 Jahre oder darüber, aber das wird wieder den Spielzeugbestimmungen geschuldet sein. Das ist durchaus geeignet für jüngere Spieler. Wie gesagt, wir errichten unseren eigenen Strand. Das machen wir einmal mit der Promenade, wo wir Arcadehallen errichten, Geschäfte, Fitnesscenter. Es soll ja Menschen gehen, die sowas gerne machen im Urlaub. Und eben halt auch in dem Strandabschnitt. Da haben wir dann Volleyballfelder, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Und wir locken auch verschiedene Besucher an unserem Strand. Das sind Einheimische, Touristen und auch VIPs. Und die müssen wir dann auf unserem errichteten Strand bewegen, eben zu den richtigen Locations und den Sehenswürdigkeiten, die sie eben halt auch sehen möchten. Wie sich Santa Monica spielt, zeige ich dir jetzt. Dann würde ich sagen, ab ans Meer. Willkommen in Santa Monica. Bei dem Spiel geht es, wie gesagt, darum, dass wir unseren eigenen Strand bauen. Jeder Spieler hat so ein individuelles Startplättchen. Von Partie zu Partie ändert sich hier diese Wertungskarte und diese Sand-Dollar-Aktionen sind ebenfalls unterschiedlich. Es gibt zwei Sorten von Karten, die wir auswählen können. Welche für unsere Promenade, die wir hier unten anlegen. Welche für den Strandabschnitt, die wir hier oben anlegen. Wir dürfen in beide Richtungen bauen. Wir haben zu Spielbeginn hier zwei VIPs stehen. Die müssen wir bewegen und wir bekommen für diese Punkte, wenn sie Natursymbole besuchen, diese Palmen hier oder Sportgebiete. Das ist dieser Ball hier. Wir dürfen regulär in unserer Runde eine Karte aus der unteren Reihe nehmen, nur aus der unteren. Wenn wir nachher hier diese Sand-Dollars erhalten, dürfen wir auch diese Sand-Dollar-Aktion wählen und dürften hiermit, wenn wir drei Sand-Dollar bezahlen, beispielsweise eine Karte aus der hinteren Reihe nehmen und vier beliebige Figuren um einen Schritt bewegen. Dazu kommen wir gleich noch. Schauen wir uns mal beispielhaft so eine Karte an. So haben wir hier zum Beispiel John of Arcade. Das ist praktisch eine Arcade-Halle und wir bekommen dafür zwei Siegpunkte, wenn sich angrenzend ein Gebäude befindet mit diesem Sonnenbrillensymbol. Das selbst ist ein Shopping-Gebäude und wir haben hier eine Fläche, wo wir zwei beliebige Besucher platzieren können und haben wir am Ende des Spiels zwei Besucher hier stehen, bekommen wir dafür zwei Siegpunkte. Gucken wir uns mal die Wertungskarte an. So bekommen wir am Ende des Spiels drei Siegpunkte für jede einzelne Gruppe von Gebieten mit so einem Wellensymbol. Das sind beispielsweise dann hier solche Strandabschnitte. Das ist ein Natursymbol und eben halt so ein Wellensymbol. Davon möchten wir möglichst einzeln welche haben. Drei Siegpunkte für jede Kette mit drei oder mehr Symbolen. Das heißt, wenn wir Karten nebeneinander liegen haben von einem Typ, beispielsweise Natur, minus einen Siegpunkt pro Karte, wo sich Besucher befinden, die sich noch nicht an einem Ort befinden. Also beispielsweise hier diesem Feld der Arcade-Halle. Wir können diese einfach mal nehmen, legen das jetzt hier an unseren Strand an und würden dafür am Ende des Spiels schon zwei Siegpunkte bekommen, weil unser Gebäude hier nämlich ein Sonnenbrillensymbol hat. Nachdem wir es platziert haben, rutscht die Karte der oberen Reihe nach unten und wir denken eine neue Karte auf. Was wir zusätzlich noch haben, wir haben eine Karte aus der Spalte genommen, wo sich der Gourmet befindet. Tun wir das, dürfen wir eine beliebige Figur um ein Feld bewegen. Beispielsweise könnten wir jetzt unseren VIP nach hier oben zum Strand bewegen. Danach geht der Gourmet ein Feld weiter, befindet er sich bereits ganz recht, geht er nach links. Wählen wir eine Karte aus, aus der Spalte mit dem Food Truck, bekommen wir dafür einen Sand-Dollar. So, dass wir unser Gegenspiel in der Reihe überspringen wir einmal. Wählen wir eine nächste Karte aus, beispielsweise diese hier. Dann haben wir wieder den Gourmet, der geht einen Schritt weiter. Wir dürfen wieder eine Figur weiter bewegen. Bewegen wir zum Beispiel unseren VIP hier hin. Und hier haben wir jetzt ein Ballsymbol. Weil wir die Bedingungen unseres VIPs erfüllen, legen wir jetzt hier einen Fußspurenmarker drauf, dass wir diesen Abschnitt bereits mit einem VIP besucht haben. Und das gibt uns am Ende des Spiels ebenfalls Siegpunkte. Das rutscht hier wieder nach unten. Wir decken eine weitere Karte auf. So geht das Spiel dann weiter. Schauen wir uns jetzt einfach hier nochmal weitere Karten an. So wird uns diese Karte beispielsweise zwei Touristen geben. Die werden dann hier auch auf dieser Karte platziert. Und die müssten wir dann eben in weiteren Runden ebenfalls bewegen. Zum Beispiel hier zu solchen Orten wie zu diesen Surfbrettern. Das hier ist zum Beispiel ein Gefahrenstrand. Da befindet sich ein Hai. Wenn angrenzend sich am Ende des Spiels noch hier Figuren aufhalten, dann kriegen wir Minus-Siegpunkte. Für die Karte an sich bekommen wir aber vier Sand-Dollar. Und das ist es dann auch schon. Wie gesagt, wir bauen unseren Strand aus. Müssen gucken, dass wir diese Wertungskarte hier erfüllen. Wir bekommen Siegpunkte dadurch, dass wir hier diese Gebiete füllen mit Besuchern. Und wir haben hier noch diese Sand-Dollar-Aktion, die wir ebenfalls im Laufe des Spiels noch nutzen können, wenn wir entsprechend die Ressource dafür haben. Und mit den VIPs versuchen wir eben halt die Abschnitte abzulaufen, die wir hier auf unsere Startkarte abgebildet haben, um diese Fußspurmarker zu bekommen. Dafür kriegen wir auch immer Siegpunkte. Ja, irgendwann geht auch der schönste Urlaub mal zu Ende. Willkommen zurück. Das ist Santa Monica. Ein Spiel, was mir wirklich gut gefallen hat. Also es ist primär ja ein Drafting-Spiel, wo wir uns halt die Teile zusammenstellen für unseren Strand. Aber es hat eine sehr, sehr schöne Kombination an Mechanismen, dass ich eben halt auch gucken muss, dass ich meine Besucher erst einmal generiere und mir an meinen Strand hole und diese dann auch bewege. Das heißt, er kann durchaus auch Einfluss darauf haben, welche Teile ich mir denn aussuche, weil sie attraktiv als Zielort sein können für die Besucher, aber halt eventuell auch vorhandene Besucher bewegen, damit ich sie dann eben halt auch zu den richtigen Locations bringe. Auch noch Einfluss haben kann eben halt dieser Foodtruck, dass ich mir hier den Bonus hole oder dass ich eben das Ganze auch noch manipulieren kann mit den Cent Dollars, die ich jetzt zum Beispiel habe, dass ich dann beispielsweise auch ein Teil aus der oberen Reihe draften kann und so weiter. Also sehr viele interessante Möglichkeiten und gerade so gegen Ende des Spiels muss man auch aufpassen, dass man sich vielleicht keine Teils mehr reinholt, die eben halt dann noch neue Besucher generieren, weil ich diese dann eventuell auch nicht mehr zu den richtigen Locations steuern kann. Das macht für mich Santa Monica zu einem sehr interessanten Rundenspiel, was eben halt auch so diesen Urlaubsflair unheimlich schön vermittelt. Also wenn du Lust hast auf diesen kleinen Kurzurlaub, findest du Santa Monica auch bei uns im Shop. Insgesamt 8 von 10 Punkten für Santa Monica. Ich hoffe, dir hat die Spielrezension gefallen und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Bis dahin, stay geeky, ciao!